Ich würde gerne von dir wissen, ob du mit diesem einfachen Trick, den ich dir gleich zeigen werde, den Ball länger schlägst und ihn sogar knackiger triffst. Bitte lass es mich unten in der Kommentarsektion wissen und wir starten jetzt. Was jetzt ein bisschen wie Clickbait klang, ist von mir vollkommen ernst gemeint. Es gibt tatsächlich etwas in einem Golfschwung von Hobbygolfern, was wirklich sehr, sehr häufig vorkommt. Und zwar, das ist dieser sogenannte Cast, hier wo dieser Handgelenkswinkel viel zu früh weggeschmissen wird. Und der verursacht dann unten im Treffmoment eine ungünstige Impact Position. Das heißt, anstatt dass der Schaft ein bisschen nach links geneigt ist, ist der Schläger eher da hinten. Man bekommt etwas Loft dazu, der Ball fliegt höher und man leidet unter fettgeschlagenen Bällen und auch Tops. Was die Amateurgolfer nun tun, ist folgendes. Sie bekommen die Instruktion oder beziehungsweise sie versuchen, diesen Lag, diesen Winkel hier künstlich zu erzeugen. Das heißt, sie stellen sich hin auf der Range oder auch so und versuchen künstlich diesen Winkel, solange es geht, zu halten. Das Witzige ist, dass dieser Look dabei schon mal entstehen kann. Es kann besser ausschauen, aber es wirkt nicht wirklich gut und ist auch nicht richtig. Denn der Lag ist etwas, was durch die korrekte Sequenz des Körpers entsteht. Und meistens ist es so, dass die Golfer ja versuchen, ihr Becken zu starten, dann den Oberkörper und ganz am Schluss die Hände. Und wenn du jetzt schaust, sind meine Hände schon da ganz hinten, ich habe schon alles aufgelöst. Und genau das ist das Problem, dass man oft zu lange wartet, bis die Arme den Abschwung beginnen. So, jetzt gibt es da eine Übung bzw. ein Schwunggefühl, das ich schon seit dem Moment, wo ich zum Golfunterrichten begonnen habe vor ca. 15 Jahren kenne und auch immer wieder erfolgreich angewendet habe. Es funktioniert jedoch nicht bei jedem. Also ich würde sagen, vielleicht bei zwei Drittel meiner Schüler hat es sehr gut funktioniert. Und in letzter Zeit habe ich es wieder öfters versucht. Und ich muss echt sagen, das ist etwas, was sich viele, viele Hobbygolfer anziehen sollten, probieren sollten, ob das nicht ihrem Schlag hilft und sogar dabei hilft, eine bessere Impact Position zu bekommen. Und du wirst es jetzt nicht glauben, was ich dir sagen werde. Und zwar, ich möchte, wenn du so einer bist, der die Handgelenke zu früh auflöst, da möchte ich, dass du unbedingt noch mehr versuchst, die Handgelenke aufzulösen. Und früher, ich möchte, dass du nicht versuchst, irgendeine Form von Lag zu erzeugen, sondern versuche im ersten Moment weg, diesen Lag loszuwerden und versuche einen sogenannten Cast zu machen. Jetzt wirst du wahrscheinlich denken, jetzt bin ich komplett übergeschnappt. Aber in dem Fall ist es wirklich Feuer mit Feuer bekämpfen. Das Lustige ist, wenn ich zu jemandem sage, versuche hier bereits die Handgelenke aufzulösen, dann ist das, was er eigentlich macht, die Arme zu beschleunigen. Das heißt, er beginnt dann auf einmal nicht hier oben zu warten mit den Armen, während der Körper dreht, sondern er beginnt dann auf einmal die Arme zu beschleunigen und durch dieses Beschleunigen entsteht eben dieser Lag. Meistens, wenn man noch versucht, in diese Richtung wegzuschmeißen, also in die Richtung, dann ist der Handpfad, der Weg der Hände auch noch in diese Richtung. Und da habe ich hier ein Video gedreht, hier oben kannst du nochmal den Link sehen. Wenn der Handpfad in diese Richtung geht, begünstigt das den Lag. Das heißt, es kann sein, dass wenn du versuchst, von hier oben brutal den Schläger wegzukasten, dass du dann in Zeitlupe diesen Look bekommst. Und mich würde sehr, sehr interessieren, wie es dir dabei geht, wenn du diese Übung machst. Ich kann mir echt vorstellen, dass so 70% von euch, die hier zusehen, wirklich tolle Erfolge damit haben könnten. Und lass es mich bitte eben in der Kommentarsektion unten wissen. Wenn du damit Probleme haben solltest, dann könntest du noch etwas versuchen. Dann möchte ich, dass du versuchst, den Aufschwung etwas kürzer zu gestalten. Die meisten von euch haben einen zu langen Aufschwung. Und dann ist es oft wirklich ein bisschen schwer, koordinativ das zu machen. Und man schafft es wirklich vielleicht sogar zu früh zu kasten. Also versuch wirklich nur, den Aufschwung bis hierher zu machen. Und dann versuch, so gut du kannst, das wegzuschmeißen. Und ich hoffe, du wirst viel, viel länger, weil es hat wirklich einigen meiner Schüler schon sehr, sehr geholfen. Also, dieser Karschwung sieht dann so aus. Viel Erfolg! Und nun würde ich dich bitten, dass du dieses Video anschaust. Das könnte dir auch sehr gut gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Tschüss! 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 cript